Was geht ab Leute, hier ist wieder Dan28 mit Danima und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir machen dieses Mal eine Runde Roblox bzw. Roblox der Crazy Elevator. Und ich hoffe übrigens man kann mich gut verstehen. Ich teste hier gerade am Laptop mit Aufnahmbuch am OBS Studio. Immer so viel kleiner Tipp. Beste Aufnahmprogramm kann ich Ihnen empfehlen und das ist keine bezahlte Werbung. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, legen wir los. Ich habe mir extra ein Account angelegt für Roblox, damit ich so eben extra zocken kann halt. Im Namen meines YouTube-Kanals Danima YouTube. Und dieses Spiel ist meiner Meinung nach sehr unterhaltsam. Schulz. Ja Moin. 3 ist wichtig. Toll. Das Problem ist halt, ich habe das schon mal gespielt. Mehrfach. Deshalb hat mich das jetzt gerade nicht unbedingt umgehauen. Ja. Oh. genau das habe ich es erwartet wie schon gesagt ich hatte schon mal schon mal gespielt schon öfters und weiß deshalb was passiert das ding wenn du heute nicht die ganze zeit verrecken willst du da ziemlich ziemlich gut aufpassen ich versuche auf das kleinsteil hoch zu springen und ich schaff es nicht äh was war das gerade kann ich den auswerfen wieso habe ich das gemacht ich bin einfach so scharf aus dem fahrstuhl gefahren scheiße ich bin ein bisschen aufs handy gucken was es Kommt jetzt die Hand? Wehe mich. Wehe mich. Wehe. Geht gut. Ruhe in Frieden, Kamerad. Ruhe in Frieden, Kamerad.